Am 24. März hatte die Stadt Senftenberg zum Frühlingsempfang in die Mensa der BTU am Campus Senftenberg geladen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Peter Rössiger begrüßte Senftenbergs Bürgermeister Andreas Pfeiffer Stadtverordnete, Amtskollegen sowie Vertreter aus der Wirtschaft und den Vereinen. In seiner Rede dankte das Stadtoberhaupt allen Akteuren für ihr Engagement. Ein wichtiger Punkt war das Bekenntnis zum Hochschulstandort, der durch den künftigen Lehramtsstudiengang noch gestärkt wird. Im Rahmen des Frühlingsempfangs wurden die Ehrenpreise der Stadt Senftenberg in den Kategorien Innovation, Ehrenamt, Familienfreundlichkeit und Forschung verliehen. Bei einem gemütlichen Zusammensein im Anschluss konnten die Gäste in lockerer Runde Gedanken und Ideen austauschen.